wieder eine sackkasse ja und ich muss euch wieder was gestehen keine ahnung wieso aber auch das hätten irgendwie die letzten 10 15 minuten wegschnitten jetzt muss ich diese 10 15 minuten wieder nachmoderieren und wir suchen jetzt weiter ein kampf zwei höhenferkel dann machen wir mal ich weiß gar nicht mehr was ich da gemacht habe eisball wala und er macht wieder feuerball 21 punkte vor viel dagegen eisball nur 15 und nicht mal gelähmt wurde ich nicht ich blut zahlen ist das blut wieder voll und das erste geblutet und das zweite mutter ebenfalls da hilft des grundsatzes auch nichts mehr jetzt weiß er jetzt tot weil ich mich wohl einmal verdrückt so jetzt hat und tot tot ja dann ist der erste recht hoch 22 erfahrung und zwei schwache seelen so dann geht es hier weiter nach oben aber jetzt erst mal speichern was funktioniert nur in unverwandelter gestalt ja dann eben nicht speichern die 30 sekunden warte noch so wo geht es jetzt weiter da ist eine schatztruhe mit einem tag der ewigkeit und wieder ein kaffee sind zwei höhlenferkel so das gibt dann wieder ein eisball auf füllen verkleinert und ein feuerball von allein auf höhen höhlenferkel 2 20 und 8 worte es ja jetzt viel stärkt gewesen da ist beim drei punkte so und jetzt gleich wieder leersaugen und beide fangen an zu bluten und grunds natürlich wieder an ihn nur eins kunst zweiter fügt zwei punkte schaden zu zwei punkte kürtische treffer weil er schafft es auch mit einem normalen treffer wieder 22 erfahrungen und zwei schwache sehen so was ist hier jetzt da ist sackkasse bei dem stein ist auch nichts und ja sie sind hier zwei weitere dumme vampire die keine ahnung haben wenn ich vermichte sie sie bedeuten rega ich werde es nicht riskieren wie steht es denn mit einer belohnung das übliche weil ich nicht frisches blut so mit 10.000 vieler pro vampire doch vergisst nicht bevor ich nicht bezahle musst du mir ihre köpfe bringen ja wieso krieg ich jetzt nicht weiter kommen weiter klicken wahrscheinlich ist mir da gerade irgendwas eingefallen oder sowas dass ich gerade erkläre jetzt natürlich meine falle funktioniert bestens ich bringe euch bald viele neue vampire köpfe mag sein dass deine magil dir hilft die letzten noch existierenden vampire in die falle zu locken darüber schätze dich nicht zumal es sowieso nicht mehr viele vampire auf der welt geben dürfte von uns beiden mal abgesehen und den beiden die du gleich töten wirst dann hat die welt ein problem weniger wie er meint ich hoffe doch dass ihr mich nicht am ende auch noch tot sehen wollte sei unbesorgt solange du keine weiteren vampire schaffst darfst du für ewig leben gut dann kömmere ich mich jetzt um die beiden schon morgen werde die ihre köpfe in den händen halten gut ich werde auf sie warten na schön dann will ich mal mein geld verdienen ich liebe das geräusch wenn meine klinge ihre helse durchtrennt was sollen wir jetzt machen ich würde sagen ja begreifen an wir schleichen uns vorbei wobei stehen ja da haut er jetzt ab gut und jetzt will ich werde ich aber runter gehen weil ich nur wenn ihr euch erinnert da gab es noch mittleren gang links gab es die tool mit dem trag der ewigkeit rechts sind wir jetzt gerade noch umgekommen hier speichern noch mal kurz und in der mitte war noch im gang die haben wir nicht gegangen die wollte will ich jetzt gehen aber da wartet abraxas ich hatte mich doch nicht so getäuscht also ich etwas gehört habe mist abraxas erscheint was seid jedoch für narren aber so erspart ihr mir wenigstens den weiten weg jetzt wirst du sterben so wer reicht ab werden gedrückt nee so eisball in der hoffnung dass es ihn lehnt und allein natürlich ein feuerball und es hat ihn nicht gelebt beides macht drei schadens nehmen und mal den gegner macht drei schnach vier schadenspunkt dann waren es schon drei wieder eisball und vier schadenspunkte aber keine lehmung feuerball mit fünf schadenspunkten allein wieder vier ich muss sagen ich habe schon vielversprechend aus wenn wir machen doppelten schaden von dem was er uns zufügt und notfalls gute können nehmen ist ja auch blut aussaugen weil es vampire hat schon er hat kein blut mehr muss selber saugen aber wir haben genug blut tränke blut und sonst was dabei das heißt wir können immer weitermachen also irgendwann mal tot wäre immer wieder eisbahn feuerball weiter aber der typ wird einfach nicht so jetzt hat nämlich lange genug amüsiert jetzt wird er sterben und jetzt aber schock als blutgeister leide die unendliche qualen game over ja das ist das problem wir können den nicht töten und es ist richtig richtig scheiße naja auf jeden fall laden zum glück mit speichert gehabt und natürlich ein höhlen ferkel erscheint so war einfach nur angreifen tut es gleich auch beim höhlen ferkel vor allem beim einzigen einzelnen mann ich und jetzt müsste er schon tot sein oder ja erfahrung und eine schwache seele so und jetzt abhauen was für ein seltsames gerät ist das hier er hat doch sicher nicht mit dieser statue gesprochen oder wohl kaum wenn sie lebendig wäre hätte sie uns schon bemerkt und mit wem dann? dieses Zeug wird dann das was Asuka in seinem Magier zu bestehen hat aber das sieht hier nicht danach aus als würde es dazu dienen seelenstände herzustellen hier ist der Knopf sei vorsichtig wir sehen was passiert was gibt es Abraxas? verdammt sag schon was du willst verärgere mich bloß nicht bringen wir diese beiden Vampirköpfe ist ein Kommunikationsgerät also Abraxas heißt er kanntest du die Stimme? nein aber wir sollten jetzt wirklich verschwinden ich frage mich wer das war er hat gesagt er wäre ein Vampir komm jetzt Abraxas kommt bestimmt gleich zurück gehen wir so und jetzt sind wir hier bei diesem komischen Gerät hier oben ist das Loch durch das wir hier hereingekracht sind kannst du dich wieder in eine Fledermass verwandeln? ich hoffe es ich weiß auch gar nicht wie ihr Abraxas es geschafft hat einfach so meine Verwandlung zu beenden okay ich probier's und deine Freundin muss warten ich werde uns zum Schloss zurückbringen na schön dann gehen wir eben morgen nach Klenna hm ich probier's nochmal so jetzt funktioniert's und wir fliegen zurück ins Schloss na schön Alain wir reden morgen über alles ich werde mich erst einmal besser erst einmal etwas ausruhen wenn du Nachtgefallen jetzt schlafen kannst bist du zu beneiden Walna gute Nacht Alain gute Nacht Walna ja dann einmal schön schlafen oder doch nicht also natürlich geht der Abraxas nur aus Blut und Geld hier ja hauptsächlich er ist nur ein Diener eines vielmächtigeren Vampirs und dieser Vampir möchte dass alle Vampire auf der Welt vernichtet werden wieso denn hm das wirst du schon noch erfahren ich werde auch die Spannung aufrechterhalten na schön jedenfalls scheint der Abraxas sehr mächtig zu sein sogar so mächtig dass er die Magie anderer Vampire beeinflussen kann und so wussten Walna Alain und Asuka von einem neuen starken Vampir der sich ihnen als Feind gegenübergestellt hat und was passierte dann nun Walna ruhte sich erst einmal aus wobei er wirklich sehr schnell den Schlaf der Ohrentoten fand Alain dagegen weckte Asuka und erzählte ihm alles er war wütend dass Alain allein mit Walna weggegangen ist doch viel wütend er machte ihn in der Praxas der es geworgen hatte seine Gelände allein zu verletzen und auch Asuka wollte den Gut dafür wissen weshalb er bei Praxas es sich zur Aufgabe gemacht hatte alle Vampire zu töten und wer sein Geldgeber war doch nur am selben Abend passiert hier an einem ganz anderen Ort auch etwas sehr wichtiges am selben Abend etwas ganz wichtiges so jetzt erst mal speichern und so denke ich das unabdinge wird die selbe Produktion nochmals zu Pater reißen sie sich mal zusammen Corinna außerdem müssen wir mal wieder die Ritterschaft darauf hinweisen dass das Benutzen der Vorhänge Sir Esli ja ja jetzt sind die Ritter wieder an allem schuld es ist ja es ist ja schon wieder so als wenn es schon wieder denkt dass der König die Ritter an allem beschuldige dabei finde ich das nur im Zuggericht schließlich wurde mir eine Frau in den Kreis der Königsrat aufgenommen und außerdem wobei ich wieder zu den Steuern komme die in letzter Zeit sehr unregelmäßig eingetrieben wurden ja und weiter oh man jetzt sind wieder die Steuern dran zum tausendsten Mal der Pater schlaft immer noch Steuern unregelmäßig eingetrieben soll er es doch selber machen ja da habt ihr vollkommen recht mein König die Steuern dran die Steuern dran sind sehr unzuverlässig geworden ich denke dass wir war ja klar dass diese alle Kurs sich mal wieder wissen soll ich nicht fertig gewesen egal der Pater schläft trotzdem immer noch Pater jetzt passen sie doch mal auf zwecklos wobei ich der Meinung bin dass eventuell die Baren mehr Korn produzieren müssen mhm hmm ehh hier her uns erreicht die Grad eine sehr böhrge ware 大 t mhm hier steht dass der Bürgermeister von MellONE schon lange nichts mehr von den Airlines gehört hat und dass er deswegen sehr beunreicht sei Ihr bittet uns, einen kleinen Truppritter mal nach dem Rechten schauen zu lassen. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Dann können wir gleich von denen die Steuern entreiben, was ja keine unerhebliche Summe ist. So ist es, was denkt ihr? Ich werde sofort eine kleine Truppe aufstellen, mein König. Wir brauchen da noch ein Schiff, um nach Schloss Aldens zu kommen. Das sollte kein Problem darstellen. Ich werde ein Schiff für euch bereitstellen lassen. Gut, gut. Dann werden wir schon morgen das Schloss erreicht haben. Gut, dann hätten wir das geklärt. Damit komme ich dann wieder zu den Unebenheiten der Gebirge. Unebenheiten der Gebirge? Der Typ hat sie doch nicht alle, oder? Und der Pater pennt immer noch. Und so machen sich einige Ritter auf dem Weg zum Schloss. Ab nächstem Morgen dann flogen Asker, Wallner und Erling nochmals zum Gebirge, wo sie ja Praxis getroffen hatten. Doch das Gebirge ist groß. Und wieder als Fledermaus unterwegs. Da oben sind zwei Krähen. Also, wo ist jetzt der Eingang? Hm, ich bin mir nicht sicher. Asker, wir sind in das Gebirge gestürzt! Aber irgendwo muss der Eingang sein, da bin ich mir sicher. Na dann, wollen wir mal suchen. Vielleicht ist Abraxas aber auch so dumm und taucht von alleine auf. Mal sehen. So, und jetzt werde ich hier erstmal Schluss machen. Einmal speichern. Einsamkeit ist eine Qual für die Ewigkeit. Ja. Und gespeichert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hoffentlich schneidet mir Outer City dann nicht wieder die letzten 15, 20 Minuten ab. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Hi Leute, weiter geht's mit Let's Play Vampire Stone, Reign of Blood. So, wir waren ja jetzt im Hügel da. In einem Gebirge, wo unser Praxis fertig gemacht hatte. Wir konnten gerade noch entkommen und... Ne, hat gerade genau da angekriegt, als ich... Als ich da gedrückt hatte. Aber ne, passt schon. Ja, und jetzt suchen wir halt seine Höhle da. Jetzt schauen wir uns erstmal in dem Gebiet hier oben. Bevor wir weitergehen. Da wäre jetzt zum Beispiel ein Stein, aber da ist nix. Wo ist denn? Ein Greif, wie geil. Eisball. Und... Ah, wir sind alle voll, glaube ich. Was hatten... Kälte auch ist übertrieben. Blutsaugen auch. Der Greif dann. Die Lane macht einen Feuerball. Sechs Punkte. Ich hoffe, von dem her können wir mal normale Seelen, weil schwacher sind wir ja schon ganz voll. Was wäre ich jetzt für den Arsch dann? Hö, tot! Und komm schon, normal! Nein! Mist! Da ist ein Vogel. Ähm... Bei den ganzen Steinen, hier kann man dann nix machen. Zwei Krallenkäfer. Die schauen nochmal komisch aus. So, der kann jetzt auch mal den Kälter aufmachen. Und... Du machst einen Feuerball auf Diener. Zwanzig. 19. Und... 18. Der stirbt, Jocker. Und 16. Und es geht dem Tag. Dann können wir jetzt einfach nochmal angreifen. Der... Fiegt dann trotzdem hin. Müsste ja zumindest sein. Ja, sag ich doch. Zwei Sprache sehen. Oh, Mann. Das ist ein abgestorbener Baum. Wieder zwei Krallenkäfer. Oh, Mann. Ich mache euch einfach Platz hier. Halt. Ne, die ist auf Angriff. Das ist aber nicht gut. Vielleicht hätte ich die unterschiedlich auf... Ähm... Angreifen lassen sollen. Dann hätte ich jetzt noch Blutsaugen machen können. Weil so ist er jetzt tot. Zielt aufs Herz. Oder sowas aber auch. So, Aska. Du darfst Blutsaugen. Kommt der überhaupt dazu? Ja. Hat kein Blut? Na, voll. Die Krallenkäfer haben kein Blut. Dann muss ich mal bei den Greifen schauen. Also auf jeden Fall ist er ein abgestorbener Baum. Aber auch der hat nichts. Hm. Zwei Greife. So, Eisbarkette. Und Feuerball auf den anderen. Wie kommt ihr dazu anzugreifen, bevor meine anderen zwei dran waren? Ha, gelähmt. Bist bereits gelähmt. Geil. Auch gelähmt. Ha. So. Dann Blutsaugen. Einmal den da. Und du hast gar... Den da. Der Lenkkraft einfach irgendwie nahm. 20. Und er lebt noch. Ah, aber jetzt nicht mehr. So, Aska. Viel saugen. 20 auch. So, normaler Angriff reicht. Blut hat er ja keins mehr. 40 Erfahrungen. Geil. 9 Uhr.